Hallöchen meine Lieben. Heute mal eine kleine Wanderung geplant von Zwickau nach Werdau. Mal schauen wie es wird. Strahlender Sonnenschein. Schauen wir mal. Spannende Sonnenschein. So, fast die Hälfte geschafft. Und einen Bahnhof entdeckt. Spannende Sonnenschein. kurze pause zwischendurch wer auch gern so ein leckeres getränk hätte für unterwegs den schicke ich mal einen link in der video beschreibung unten. Salted Caramel Y-Food und machen wir einen kurzen stopp gleich geht es wieder nach hause zwölf kilometer bis hierher wer im übrigen auch gern so eine hübsche maske oder so einen hübschen slumsleeve haben möchte den verlinke ich mal die seite unten die gehört dem adventure buddy und da könnt ihr ja mal schauen ob er was findet für euch